Fünf. Neun. Ne, ne, drei. Passt. Bin schon auf der richtigen Höhe jetzt. Warte, ich hab noch hier... So, das musst du eigentlich nur hier so her, genau. Ja, doch siehst du da. Krabson? Ja, bitte. Bauen wir irgendwie eine coole Verbindung oder sowas? Ja, natürlich. Doch, aber da muss noch... Das sieht doch komisch aus. Ein Geheimgang, den du da unten nicht verrätst. Oder wir lassen das lieber. Vielleicht wollten die auch, dass man die Baumstelle sieht. Der direkt in sein Zimmer geht. Das frag ich mich grad auch, weil das sieht irgendwie überflüssig aus, so, ne? Das hängt so ein bisschen zu weit nach unten. Ich glaub, ich baue ein bisschen groß gerade. Ja, dann machen wir das lieber ab. Du machst groß dann? Sonst schmeißen die uns raus. Besser ist das. Ich hab mein Holz nicht mehr. Ach, ich bin ja sowieso nur hier, äh... Das Anhängsel, von daher. Von wem bist du das Anhängsel? Weiß ich nicht. Von allen irgendwie. Ich werd einfach nur mal mitgeschleppt jetzt. Also, man kann mich jetzt erstmal nicht rausschmeißen, hoffe ich. Ich hab nicht mehr viel Spromanze, verdammt. Was hast du nicht mehr? Ne Bromance? Ne Bromance. Mir fehlt das dunkle Holz. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Bauen wir das irgendwo an? Der Plan ist alles anzubauen, ja, oben auf dem Berg. Aber bis jetzt wird er abgebaut. Ach ne, der ganze Wald ist jetzt so. Wo kommst du denn her? Du willst mich wo verärgern? Hier, schippe vor die Fresse. Ach so, mir wurde ja gesagt, wir müssen mehr Beleidigungen einbauen, damit die Jugendlichen das auch gucken. Ja Leute, ich weiß immer noch, dass man den Baum nicht mit der Schaufel abbaut. Aber ich hab keinen Schiff. Schreibt es in die Kommentare, womit baue ich das an? Bist kommentargeil, ja? Ich werd aus diesem Minecraft-Prinzip nicht schlau. Ich glaub wir sind fällig. Ja, ich hab sehr viel gemacht, ne? Also... Ich bin begeistert von mir selber nicht. Sind wir schon wieder ne Stunde am aufnehmen? Kann das sein? Noch nicht ganz. Weil wir haben ja die ersten 10 Minuten ein bisschen vertrödelt. Aber jetzt hast du ja gar kein Zimmer, jetzt müssen wir da auch noch ein Zimmer bauen. Ohja, ich hab ein paar Treppen. Boah, dann werd ich ja nie fertig mit dem Ding hier. Wie viele Wochen soll ich noch hier dran bauen? 5, 10. Wohne auch schon. Vielleicht mach ich das auch einfach offline weiter so ein bisschen. Eine Blume. Ah, Blümchen. Das kannst du doch deinen Zuschauern nicht antun. Ja, nur das, was wir schon gesehen haben, quasi fertig bauen. Also, äh, nichts Neues dann? Also, ich hätte gerne ein Schaf in meinem Zimmer. Das züchte ich mir selber an. Ja, das ist typisch Frau. Ja. Ja, warte mal, das ist jetzt da. Aber wir bauen jetzt nicht noch einen Stockbank drauf. Jetzt hab ich gerade das Dach fertig gebaut. Gibt's einen Keller? Hier steht Keller? Hm. Noch nicht. Dann bauen wir jetzt einfach einen. Jo. Komm mal einen Keller hin, heißt das. Aber ich glaube, er hatte gesagt, dass da dein Zimmer sein sollte, Grant. Ich hab schon ein Zimmer oben. Neben König Kelturio. So. Das war also eine kleine Mubile, ja? Ähm, ich wollte, was wollte ich? Ich wollte eine Sprechzeile. Kellerbaum? Fragezeichen? Fragezeichen? Ja, Keller. Neue. Okay. Ab in den Boden. Den Staub mit euch. Hi. Die werden Augen machen, ey. Wer? Hauptsache, ich fang mal womit an. Erstmal werden sie uns... Erstmal werden sie mich anschreiben, ob ich das mit Absicht gemacht hab. Dann ist mir der Obertroll hier. Aber jetzt brauchen wir hier wieder helles Holz. Ich brauch eigentlich ne Schaufel. Ich glaub, dann ging das schneller. Ja. Was willst du denn machen? Schaufel brauchen wir fast für nichts, außer für Bäume. Erde und Bäume. Das war meine Axt. Ne, Dalu? Ja, damit geht das auch echt gut. Also, wenn das nicht dafür gedacht wird, würde es ja nicht funktionieren. Ja, ja. Genau. Das ist die Logik. Ja, die Lösung. Alles. Ja, weil wir was anderes erzählen. Das hat mich schön eingebuddelt. Wir müssen hier auch ne Treppe bauen. Ach, scheiße. Keine bösen Wörter. Hallo? Dalu will die 13-Jährigen nicht. Das hab aber ich geschrieben. Oh Gott, ich weiß. Das wurde ganz noch zu Ende gebracht. Okay, warte auf. Dann müssen wir jetzt anders machen. Also bei der 13-Jährigen wieder Gewülze. Ach so, ich verstehe. Oder nach dem Ort. Na, Dalu. Jetzt kommt doch mal wieder raus. Das ist geil. Oh shit. Wie kommen wir da hin? Oh man. Wischel. Entschuldigung. Lass alles raus. Ich bin so ein bisschen krank. Bist du das nicht immer? Ja, aber jetzt auch körperlich. Ach so. Ich verstehe schon. Das ist ein Unterschied, ne? Wachse, Baum, wachse. Gut, dass ich so viele Skelette umgebracht habe. Ich dachte, ich hatte so viel Holz. Hab ich jetzt alles irgendwie verbraucht? Obwohl, ich hab da unten schon in meinem Street Mining natürlich genug Türen gebaut, ne? Und Fackeln und, naja. Ich glaub, ich mach hier noch eins. Mach ich das noch mit weg? Mein Turmkram, wir sind endlich fertig. Was machst du weg? Ich finde nur noch das Wasser. Du hast ein Bruggram? Ich? Oh, Krabsen? Ja bitte. Warst du an meinem Haus zugange? Nein. Ich bin schon wieder halbtot. Basti war das. Was hat er gemacht? Ich hatte einen Teich. Jetzt hab ich keinen mehr. Knochen zu essen, lecker. Hast du nix mehr zu essen? Doch, ich hab nen lecker Knochen. Ey, jetzt fließt hier kein Wasser mehr. Nomnom. Den Dater haben sie jetzt richtig getrollt. Das hab ich weggemacht. Okay, ich glaub, gleich brauch ich wirklich was zu essen. Außer, ne, ich hab gar nix mehr schon wieder nicht. Oh, Laufpack. Hä, was ess ich denn nur am Tag? Oh, da gibt's so einiges. Äpfel. Ja, ich hab aber auch nicht mehr Hunger. Ja, aber ich mein jetzt so die Menge, also... Ich ess ja nur ein Minecraft grad. Ja, der Server ist auch auf hart. Okay, das erklärt einiges. Echt? Ist der Server hart? Ja, ich lauf auch nur einmal im Kreis und muss sofort wieder Hunger. Oh. Hier soll doch nicht im Kreis laufen. Das ist das Problem. Ach, verdammt. Okay, gut, dass du das sagst. Wo ist nicht die Erde? Erde. Erde. Basti! So. Meine Axt ist kaputt. Jetzt brauchen wir noch Stein. Ach du Heilige. Also hier geht's nicht weiter. Du machst mein Po wieder ganz. Dann versuch ich's mal in die Richtung. Das ganze Haus wird unterbuddelt. Jep. Ach da. Ey, hier ist ne Essenstruhe. Die stand da schon. Danke. Was habt ihr jetzt gefunden? Eine Essenstruhe bei uns im Haus. Okay. Im Kühlschrank sozusagen. Ja. Crabsen? Warst du das da? Nein, war ich denn nicht. Warum? Weil Basti von nichts weiß. Essen? So, nee. Ich war die ganze Zeit hier hinten. Gibt's hier irgendwo... Warst du Essen? Ich weiß nur nicht. Warst du... ...dass die hier fohl mal auf einmal... ... ganz gewaschend hinter mir stand? Ahhhh. Ja, das war ich bei mir auch. Ich hab das entdeckt. Ahhhh. Da gibt's ja einiges. Schocka! 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 Schocka muss reichen. Ne, wo wäre ich das gewesen hier denn? Möcht' ich mir denn mal... Wie machen wir denn jetzt die Wand aus Holz oder aus Stein nehmen? Möcht' doch eins! Möcht' doch eins! Oder so. So, hier ist ein Brot. Möcht' zwei. Aus zwei, ja. Möcht' wir mal gucken, ähm... Die Wand aus Stein oder aus Holz? Die Wand aus Stein oder aus Holz? Möcht' doch mal gucken, ähm... Wie redest du eigentlich? Also hier ist überall Holz. Äh, mit Kiebe. Ja. Ich schweig. Also hier oben ist ja alles Holz. Aber hier unten... Hm. Ich würd' sagen, einfach aus Holz, oder? Dann passt es zum restlichen Bau. Holz, okay. Mit dem hellen dann ruhig, oder? Joa. Haben wir noch helles Holz? Ich... Muss nur gucken, wo's hier weitergeht, weil... Hier ist schon wieder Endstation. Haben wir kein helles Holz mehr. Nein! Warum hab ich diesen Schalter dahin gebaut? Ich bin ja letztens schon mal drauf gelatscht. Hm. Okay, ich such mal Holz. Du kannst ja schon mal den weitergraben. Naja, ich grabe hier mal komplett einmal alles durch. Huch. Werkenholz ist da... Ich mach mir jetzt ne Schaufel. Ich glaub's war nicht so schlimm. Ähm... Holz, Holz. Ich wollt mir noch ein Hühnerkäfig bauen. Oh ja. Ich hab mir extra 16 Eier geklaut. Ach, ich bin dumm. Das hat er nur so geschrieben, weil er hat den Eingang, den Unterwassereingang ja kurz vorher benutzt. Ach so, okay. Ist ja reingegangen. So. Boah, diese... Kühe. Ach, da muss ich mir auch noch zwei mitnehmen. Komm zu mir Möhren, komm zu mir. Ah. Wen knurrt sie an? Ich knurr die Kühe an, die mich anruhen. Die ganze Zeit. In der Hoffnung, dass sie zurückknurren. Nein, in der Hoffnung, dass sie Angst krrrrrr. Und weglaufen. Aber das klappt nicht so ganz. Arrrrrr. Ich seh hier so wenig, ähm... Obwohl die Kühe können witzend und auch schlachten eigentlich. Aber ich möchte eins in meinem Zimmer haben. Also ne Kuh oder ne Schaf, ist mir echt egal. Kein Schwein? Nur ein Huhn. Nein, kein Schwein. Die sind ja nicht süß. Nein. Also ich komm hier grad echt nicht wirklich voran. Wo auch immer ich mich hinbuddel, ich bin immer gleich, ähm... Ja, ich buddel mich durch. Okay. Viel Platz ist hier nicht... Ist das denn groß genug für ein Zimmer? Ja, ein Bett kann ich hier vielleicht hinbatschen. Es geht hier alles ziemlich im Kreis runter. Dann reicht's doch. Hauptsache ein Bett, dann ist alles gut. Ja, eben. Nein! Ein Bett und ein Platz für ne Kuh, das reicht. So. Was ist los, Daunu? Basti steht jetzt fast über Dauni. Ist die auch weit drin? In der Trollreihenfolge, oder was? Ne, aber Dauni, ich glaub den holt man nicht mehr ein. Hat er dich schon so oft getrollt, oder was? Ne, das nicht, aber das ist Dauni. Eigentlich hab ich ja nichts gegen ihn. Zumindest nichts effektives. Hat so angefangen, als wir am Strand waren, hab ich mir gedacht, scheiße, der hätte mich dabei sein müssen. Nein, Spaß. Ich hab ja auch so ein richtig geiles Thumbnail für den Trailer gemacht. Oh, jetzt mach ich hier noch ein bisschen. Hab ich Dauni durchgestrichen und mir so ein Trollface aufgesetzt. Ich bin wieder durchgebrochen. Oh, Mann, Mann, Mann. Schon Trollen, bevor überhaupt alles losging. So. Und ich glaub wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Echt? Schon? Du brauchst schon wieder eine Stunde hier dann rum. Ich hab nur den Burgraben gemacht in einer Stunde. Ich bin ja ein bisschen weitergekommen, so ist es ja nicht. Ich hab Holz gesammelt und das Dach gemacht. Ich hab die Erde planiert und eine junge Maid gerettet. Hast du dich auch bedankt, Rance? Ich bedankt. Dafür, dass ich das Holz, äh, das Dach gemacht habe. Dafür, dass du gerettet wurdest. Oh, Mist. Da geht's nicht lang. Also ich glaub weiter kann ich hier nicht reinbuddeln. Hier komm ich immer nur raus. So, das geht doch so, ne? Oh, scheiße. Ihr seht, wo das hinführen wird. Mach mal ne Faggle. Oh mein Gott, wird das riesig. Ich hab gar kein Dings. Mist. Eigentlich wollte ich ne Villa bauen und jetzt baue ich ne Burg. Na, ich wollte eigentlich erst ein Sommerhaus bauen. Dann hab ich mir gedacht, das wird ein Kloster. Jetzt wird's wahrscheinlich was ganz anderes. Ne Burg kann ich ja, weil da muss man kein Dach können. Ne Burg kann ich gut bauen. Dach ist gar nicht so schwierig. Ja, mal gucken, ne Burg kann auch aus Stein sein. Das ist voll einfach. Du starb. Kohle. Faggle. Da ist noch ein bisschen Zeug hier. Woher hast du denn Kohle? Ich? Hat sie geklaut. Ja. Nee, die lag auf dem Boden rum. Die hab ich in der Kiste gefunden. Nein. Das ist nicht. Die lag ich einfach... Da war jetzt so ne kleine Kiste und... Vor meinen Füßen. Die hat mich angelächelt. Die hat gesagt, nimm mich mit Kiwi, nimm mich mit. Außerdem muss ich ja was sehen. Wenn die Kohle schon mit dir spricht, dann solltest du sie lieber mitnehmen. Ja. Eben. Dann ist schon zu viel Zeit vergangen in dieser Welt. Ja. Oh, ansprechende Kohle, da bin ich ganz vorsichtig bei. Ja. Aber jetzt, wir wollten nur ne Stunde machen, ne? Den nächsten sieht man jetzt was. Ähm. Ja, du weißt ja, wir haben heute noch einen vollen Zeitplan, ne? Ja, ja, eben. Ich geh jetzt eben noch ein Schwert verzaubern und dann, äh... Ey, ich höre hier bloß noch kurz was aus. Dauert noch zwei Minuten, ne? Jojo, alles easy. So. Ich bin ein bisschen weitergekommen, aber nicht viel. Ich muss dann noch ne Menge machen. Ach. Wir müssen ja ein bisschen vorproduzieren, weil du ja nächste Woche nicht da bist. Ja, Weihnachtsfeier und so, ne? Diese Scheiße. Könntest du nicht auf der Weihnachtsfeier aufnehmen? Ja, ähm... Das merkt schon keiner. Wir sind, wir sind am Eishockey-Spiel. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, da hast du die perfekte Kulisse im Hintergrund. Ja, wir haben zwei, wir haben zwei Wimplungen schon. Vielleicht ist er, vielleicht finde ich da ja Internet. Warum rennt der Dalu denn hier rum? Hä? Ich lauf doch nirgendwo rum. Oh, der Sound ist ja geil hier. Wissenblau. Ich bin bei dem Musikhaus. Soja, wieso sagst du, dass ich da rumrenne? Du hast auch... Ja, das ist der... Das ist der Bastekeks. Ach, ist die Mucke noch an? Ja. Die hört man weit, ne? Ist geil. Ja, die hört man schon ganz schön. Doch, ne. Ist denn hier? Da müsstest du noch weitergehen, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist dahinter, aber ich weiß nicht was. Also, ich seh da auf jeden Fall Steine. Haben die ihn da gebaut? Wir könnten es ja als Stammestrommeln abhaken, das Ganze. Ich werde hier schon verprügelt. Arbeite schnell. Doch, hier geht's. Wie viel hast du denn da runter gebaut? Äh, ich glaub fünf. Wie ist denn das? Ich glaub, dass es aber auch schon... Ich wollt eigentlich zehn bauen, aber ich dachte mir, das ist ein bisschen zu übertrieben. Was passiert? Nicht, dass jetzt hier alles einstürzt, wenn ich das hier wegmache? Mein Haus ist in der Nähe. Das macht da noch Krach darunter. Fast schon. Spinnis! Was? So, wo baust du denn jetzt, Kiri? Das will ich mir noch eben angucken. Kiri? Ja? Wo baust du? Ich baue im Keller. Von? Von? Gute Frage. In welchem Häuschen bin ich denn hier? Ich weiß es hier immer noch nicht. Von Goran. Nicht? Okay, ich komme mal hoch. Ist doch richtig gemütlich hier. Im Keller, unter der Erde, naja. Also bei mir hätte es einen besseren Platz gekriegt. Ich hätte jetzt auch schlimmer treffen können. Jetzt werde ich mich wieder getrockst. Nee, das war ein ausgewachsenes Schwert. Du, das ist, ähm... Ob sie denn in die Priewohnung... ...ins Kloster möchte, ist die andere Frage. Ich setze mich und erst mal was baue ich, ne? So, ich glaube, das... ...reicht jetzt vom Platz. Ich weiß es nicht. Das oben mache ich vielleicht nochmal weg. Wenn ich mich schon wieder durchbuddel. Was ist das für eine Rüstung? Reißen. Ah, aber verzaubern, ne? Ja. So. Wie mein Schwert. Reißen, das ist schon wieder kaputt. Ach so, ne Holzachs? Ich hab nix besseres. Guck mal hier, ich geb euch ne kleine Spende. Eine Kollekt... Das geht nicht kaputt. Da. Lauber, danke. Los! Ich hab auch nicht mehr viel dabei. Oh, hier, guck mal, hier ist noch Eisen drin. Jetzt hast du das mal genommen. Hi! So. So. Wo haben wir denn das Eisen her? Haben wir auch ne Miene, oder was? Gorans... ...Püffi-Farm. Ich brauch Eier eigentlich. Ich brauch ein... Aua, was schießt denn auf mich? Oh, das geht da hinten. Hey, weißt du? Ich brauch ein Ding. An der letzten Woche. Der Axt geht das überhaupt nicht. Einfach stirb hier einfach so. Was stirbt nicht mit der Axt? Die Steinchen mitmachen, das dauert ziemlich viel. Stimmig viel Schlange. Ich brauch Eier. Gibt's hier Eier? Eier, 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 Eier. Eier, 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 Eier. So, jetzt aber. Kree has just earned the achievement. Jupp. Cool! Jetzt hab ich schon wieder durchgebuddelt. Das gibt's doch nicht. Ich will auch nicht so viel machen, hier, das schild ich auch, dass ich hier so ein Wasserrad mit Brücke hinbauen will, also eine Mühle, weißt du. Doch, das soll hier weg. Ne, mach da lieber Stein hin. Boah, Blaze, das war eigentlich eine völlig blöde Idee, dass du das mit der Musik gemacht hast. Warum? Ja, weil ich ständig zu dir in den Haus hingehe und mir die Eier und sowas klaue. Das ist schuld. Genau. So, das heult habe ich jetzt aber nicht. Vor allem, man hört überhaupt nicht, wo es ist. Komm mal vorbei. Wird schon passen. Ja, mach einfach, wie du meins. Ich versuche mal rauszuhören, wo es ungefähr ist. Ich bin gut, um kaputt machen. Geht. Oikies. So. Ich denke mal, du hast das hinterm Haus gemacht, oder? Nö. Genau unterm Haus. Bist du im Haus reingegangen und runtergebogen oder was? Fertig. Komm, wir tanzen. Ja, ist auch geil, da haben wir richtig was geschafft heute. Wo kommst du denn her? Nein, ich bin gleich wieder tot. Nein. Was sind los? Und, Blaze, was hast du sonst noch so gemacht heute? Ja, es ist tot. Fast tot, aber... Erstmal ist gerade meine Aufnahme wieder gestartet, weil ich von deinem Dancen wieder diese scheiß Feststell-Tasten-Meldung hatte. Ich muss die echt mal ausmachen. Ich werde meine Aufnahme jetzt sowieso jetzt gleich. Okay. Wir haben eine Stunde aufgenommen und wir haben noch was anderes vor. Okay, fucker. Sonst hängen wir hier zu lange dran rum. Ich bin so echt nervig, ne? Ich bin so echt nervig, ne? Ja, ja, das ist... ...richtig nervig. Na, jetzt ist die Apotheke schon mal ein bisschen schöner geworden, aber so richtig schön ist auch noch nicht. Oh ne, was ist denn hier los? Kompi-Party. Da hat Musik gehört. Ich habe gerade Emo-Musik gehört. Sind sie noch weg? Kinder. Okay. Ich höre ja auf alle Fälle ganz viele Hühner. Sind da Eier? Na super, meine Schau wäre schon wieder kaputt. Da ist noch Musik da unten. Was ist da gerade mit Musik rum? Ich muss hier so ein Fenster reinbauen. Du solltest meine Eier auch, die wollte ich doch haben. Komme ich hier wieder raus? Ah, hier. Das macht das ganze Keller-Emo-Depri-Räumchen kaputt, oder? Okay. Meine Eier. Wo ist die, glaube ich? Mein Fenster im Keller bauen? Das geht doch gar nicht. Hier stinkst du noch Eier, Diem. Dann sehe ich ja nur noch mehr Erde. Der Kahn ist noch gar nicht hier. Der Kahn? Wo kam das denn her? Nur das andere Holz, glaube ich. Ist doch das Dunkle, oder? Ups. So, oder? Einfach jetzt hier die Wand. Joa. Hasch doch. Ah, hier die Decke haben wir noch nicht. Wahnsinn. 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 Bahnen, jetzt da, Luca, sucht keine Helfer. Dario, du bist so ein Organist... Was bin ich? du bist so dunkel äh, ne Ego ist so, jetzt haben wir es ich suche keine Helfer, ich bin so sozial ich spann euch nicht mit ein, da zu arbeiten da steht alles am schwarzen Brett, mal eben kurz lesen Taverne, was kriegst du? Such dir Helfer, Bahn, Dado sucht keine Helfer, okay Dado ist ein Eigenbrödler Blaze, wie sieht's aus? Kann man auch helle Türen herstellen? Muss nur noch eben das Gelecht töten Ich sag da mal zu meinen Abonnenten tschüss und auch zu den Abonnenten von den anderen Weiß nicht, wie lange die beiden noch aufnehmen werden vielleicht machen sie noch eine Weile oder die drei wird es dann noch Wahrscheinlich Dado gehört ja eh nicht auf, aufzunehmen Ach man, ich kann auch aufhören Ich hab Aufnahme Ah, ne Hexe Wenn alles fertig ist, dann kann man aufhören, vorher nicht Oh, das könnte lang dauern Ja, alles richtig Ja, ich glaub Wir haben ja noch einige Projekte vor Ihr seht das schon Schau mal Schaut doch mal auf den anderen Kanälen vorbei Ich muss das ab und zu mal so sagen Dann könnt ihr zum Beispiel sehen, wie dieses epische Haus von Goran gebaut worden ist Guckt einfach unten in die Wiebeschreibung Goran, dann findet ihr den schon Ähm, ja und zu meinen Abonnenten Ihr seht ja immer die ähm Leute, die mit in der Folge sind, die hab ich separat nochmal reingedonnert Hab ich auch Ich steh noch weiter oben Da findet ihr dann zum Beispiel auch die gute Kiri Kiri, 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 Kiri Gut? Wer? Was, Kiri? Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber Nee, 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 gar nicht Nein, nein Zuschauer gucken doch gerne bei Frauen vorbei, deswegen Ja, schaut mal rein Alter Klischee und so Guckt euch das an, ich bin ja auch weg Ich wünsch noch einen schönen Abend Tschüss, Mr. Kram Tschüss Tschüss Tschüss